Was? 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 War das laut? Nee. Nee? Okay. Bei OBS gab's so'n Ausschlag wie sonst was. Ah, das höre ich doch gern. Ausschlag. OBS sagt nein. Weißt du, der beste Witz ist momentan, OBS Sackfenster konnte nicht gefunden werden. Echt mal? Das ist echt, das ist ein Witz. Ja, du bist jetzt nicht mal neben mir, was soll das? Sonst warst du mal links neben mir. Hm. 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 Und warum lädt... Nee, gar nicht vor. Schmeckt überhaupt nicht. Termite. Ja, Termite wieder. Ex Ex Mr. Timothy. Timothy! 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 Huh! Well done. Biohazard Container located. Oh! Das ging schnell. Nee, das... Ja, übelst schnell. Lass mich hier... Oh, ich wusste doch, hier irgendwo ging das runter. Ha! Wir haben noch ne neue. Ah! Die haben so eine neue... Nein, ich bin zu tief gefallen! Ich häng fest! Oh, ich bin... Wollen! Wollen wir nehmen wir raus? Wollen wir müssen noch eins runter? Nee, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Mama! Ich häng fest! Fuck! Juhuhuhu! Oh, scheiße! Ich soll dich aufs... Jeck! Loll! Da ist ja ein U-Boot! Fuck! Kommen wir vom U-Boot 23, Alter! Oh, tatsache! Ach du Scheiße! Wir kamen mit dem U-Boot hierher und nur diese Yacht zu... Loll! 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 Ich will jetzt verkacken, weil das... Das wäre dann... Das wäre halt voll scheiße. Dann hat die Regierung immer so richtig Milliarden für Euro ausgegeben für den U-Boot. Und am Ende verkacken wir den Shit sogar noch. Tja. Läuft irgendjemand quer durchs Schiff. Da hab ich erst mal richtig viel daneben geballert. Muss man mal sagen. Hinter mir! Scheiße! Puls! Damage vor jetzt. Ja, wir haben verloren. Classic Charge activated. Nein! Positiv denken! Einfach positiv denken! Haha! Nein! Er lebt noch! Er ist nicht weg! Der hat sich nur hingelegt. Ich dachte, der war umgefallen. Rechts kam irgendwas und dann sag ich so, ja okay, ist jetzt injured. Weil der hat auch diese Sicht. Hm. Aber nein! Hast du eigentlich gesehen, wo meine Kamera festsitzt? So ein Scheiß. Oh nein! Kannst du da nicht mehr hochsteigen? Nee, ich konnte auch nicht mehr raus. Scheiße. Bei dem einen einfach die ganze Zeit diese Musik! Dum dum dum! Haha! Mal wieder einschalten! Dum dum dum! Oho! 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 Und der hat keine Ahnung. Das sind noch zwei... An alle in dem Raum! Oh! Doch nicht! Und das war der Polz mal wieder. Hm. Gegner, hast du keine Chance. Weißt du was? Was denn? Der kann gar nicht schon lange. Echt? Nee, bin mir nicht so ganz sicher. So. Will ich da mit Pumpgun spiel? Ich spiel sogar mit Pumpgun. Oh, das wird was heißen. Was? Ich komm! Ich guck mal. Ich guck mal die ganze Zeit, die sind jetzt boah! Nativ. wie war gerade der drohne hast du schon ja sehr gut sehr gut wie schnell das hier aber auch ein eist ja geht nach oben op 4 hat den Biohazard Container Ich habe den Kopf. Ich habe den Kopf. Ich habe den Kopf. Deploying sensor. Das brennt hier, aber da nicht mehr viel. Oh mein Gott. Das ist aber ein Headshot. Bitch. Was geht denn? Ich weiß es nicht. Die waren so komisch. Komisch. Ja. Und ich so die ganze Zeit, was mache ich jetzt? Und da habe ich mir überlegt, kann ich da mal durchschießen? Schieß da durch. Und dann stirbt er. Und da war ich so. Hätte er schon die ganze Zeit machen können. Ja. Komm einfach nicht auf den Gedanken. Mann. Puls ist so strong einfach. Ja. Ja. Ich wollte auch gerade einen Call machen, aber dann ist sie schon... Ja. 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 Geht ihr davon automatisch mal hoch? Ne, das... Ich fahr die ganze Zeit hier. Ach so. Ja, die sehen dich so nicht. Was? Also, ich kann euch genau spotten wo welche sind. Oh nein, sie haben die Kamera zu spüren. Fuck, sie haben es gefunden. Oh, waren wir so sicher, dass sie uns nicht sehen. Aber wahrscheinlich dachte ich echt, hm, suspicious. Fuck, die waren hier oben. Da war grad Kapkan, also so ein Kapkan-Ding. Ich hab einen Kapkan getötet. Das ist schon mal sehr gut. Der Pols ist aufgehoben, geil, dann haben wir noch eine gute Chance. Ich frage es, wo sind die anderen Länge? We have been spotted. Jetzt ehrlich, konnte er grad nicht runtergehen, weil so ein Typ, weil grad ein Gegner unter mir war, konnte ich bei einer Treppe nicht runtergehen. Also bei einer Leintracht. LOL. LOL. LOL, das hatte ich ja noch nie. Was? Was? Was stand da? Ich glaub, wie ist das mein... Deine Position has been compromised? Was? Das bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur Englisch-Funk-Kurs. Oh, voll die Beine weggeschossen. Friendly Mission successful. Oder soll man mal sagen, man soll nicht schießen, wenn man läuft. Gib dir gleich Beinkäse. Wie geht's eigentlich? Oh, die gewinnen. LOL. LOL, 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 LOL. Jetzt war's das mit ihrer... mit ihrer Gewinnsträhne. Haha. Fuck die Prinzsträhne. Ja, warum gewinnen die denn? Haben wir nicht vorhin gewonnen? Die eine Runde? Ja, die jetzt. Ich mein, die davor, haben wir die verloren? Ja. Ich weiß aber nicht, wieso. Ach, ich glaub, die haben's eingenommen. Ja, das kann sein. Verdammt, ich hab gedacht, wir hätten noch die letzten Typen geküllt. Och, du. Ach, du. Ach, du. Alter, wie schnell. Da muss er direkt daneben gespawnt sein. Ach, du. Ach, du. Ach, du. Ach, du. Alter, wie schnell. Oh, nee, von da ist weg. Fuck die haben jetzt zwei Schächte, von denen sie von oben reinkommen können. Du hast nur es Mack. das kommt das eine der ersten man müssen die Tannzopfen weg Tannzopfen das eine ist zu über uns über mir sind zwei die Dinger sind hier schon auf bei dir ist gerade eine Drohne ich weiß bei mir ist alles hier ist auch noch ein Blitztyp bin ich auch schon ein paar mal angeschossen da wurde gerade sein Kumpel getötet also ich sehe nichts der ist irgendwo da hinten noch und da haben die da was aufgemacht oh fuck du musst aufpassen hier weil der kann mit seinen Dingern schießen kommt einer du hast gerade irgendwas gehört eine Drohne dieses Eis einfach immer dieses Eis einfach immer Kranate ja die Schläge anstüpfeln alter hört man bitte nicht hinten ist irgendwo einer aber ich sehe den nicht wie sie alle drei da hinten sitzen das ist die das ist die 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 Nice, nice, nice. So, jetzt wird's mal richtig spannend. Jetzt müssen wir attacken. Jetzt müssen wir aber winnen, ja? Also, wenn wir nicht winnen, dann bin ich... sauer. Nicht süß, sondern sauer. Ja. Im Ernst? Und wenn wir winnen, dann bin ich wieder süß. The fuck? Das ist einfach so ein cooler Spruch. Also, wenn wir das machen, dann bin ich ja süß, ja? Und wenn nicht, dann bin ich sauer. Nicht salzig oder scharf. Nee, scharf bin ich... Dann bin ich scharf, ja? Hm. Also, wenn wir jetzt verlieren, dann bin ich sauer und salzig. Und wenn man... Toll, zwei wieder. Das ist klar. Klamm, der hat mich. Ihr redet nie. Das U-Boot ist weg. Okay, ist das auch auf der anderen Seite. Ah, ich seh's. Ich auch. Wer hat das da aufgeschossen? Der Sniper. Geht's halt. Im Moment bin ich da einfach dann vorbeigelaufen. Oh, da sind drei Stück da oben drin. Oh. Neu? Wovon? Komm. Plätz mich. Jetzt bin ich aber richtig sauer. Und salzig. Ja, Mann, so gut. Tja, was sind nix noch? Wir haben halt richtig aufgerufen. Oder? Oder?